Komm zurück bei Starro! Bei der zweitletzten... Welt! Ich glaube danach kommt keine Welt mehr. Danach dürfte auch keine Welt mehr kommen. Danach dürfte auch keine Welt mehr kommen. LATET! Willkommen bei den Dreamweavers, mein Junge. Wenn du in dieser Welt nasties Lakaien jagst, musst du das Unerwartete erwarten. Und mit dem Unsichtbaren rechnen. Alles klar. Also verbrenne alles, was dir unter die Flossen kommt. Lofty Castle! Achso, wie... Ja, ich glaube das ist das Level mit den Rittern. Oder? Ja, ist das mit den Rittern. Ne, ist das gar nicht. Ist das gar nicht. Aber warte mal, die Männchen sind ja auch noch... Nein, nicht hauen! Hey Männchen! Ich wusste doch, da gibt es auch noch einen Edelstein ab. Ich bin schon mal auf der Seite. Wir gehen aber nicht. Das war nicht. Äh. Ich bin schon mal ein Gerät übernommen. Ich bin schon mal auf dem Geist. Ich bin schon mal ein Gerät bei der Rittern. Ja, ich bin schon mal ein Gerät. Ich bin schon mal ein Gerät. Und du hast den Geist. So, gehen wir hin. Hä? Jetzt aber. Iiih. Oh, das war so spät. Das war zu spät. Okay, das hat doch noch irgendwie gepasst. Oha. Tja, das Spiel kennt dich halt. Tja, das Spiel weiß halt, was Sache ist. Das Spiel weiß halt, was Sache ist. Was ist denn nun? Warum ist das Spiel... Welche... Vor allen Dingen, welche? Hier. Welches Spiel meinst du denn, Flex? Okay, wie komme ich hier weg? Da komme ich weg. Okay, da hatte ich alles. Wie komme ich nach da hin? Oha. Wahrscheinlich nur hier hin. Ach, Crash Bandicoot. Ich habe nicht EINEN Teil von Crash Bandicoot gezockt. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich habe nicht EINEN Teil vom Crash Bandicoot gezockt. Da muss ich auch noch irgendwie hin. Ah! So. Einmal da hoch. Ich hauen! Oh Gott! Hier gehen wir erst hier hoch. Verdauern wir noch ein Leben? Ging das hier nicht in die Auge kommen oder so? Ne, da ging es gar nicht von. Ja, was soll ich dir jetzt dazu sagen? Das ist doch genau das richtige Spiel für dich. Sag mal, hast du eigentlich Dying Light 2 gespielt, Black? Du hast kein Dying Light gespielt, oder? Was? Nein! Ah, Spyro, danke! Der Supersprint bringt dich auch hier im Lofty Castle an neue Orte. Schau, wohin er dich führt! Ah, stimmt! Ja, stimmt! Stimmt! Hast recht! Hast recht! Hast recht! Ah! Nein! Natürlich! Das stimmt! Das stimmt! Stimmt, ja! Und! Machst traumatic! Mal Handy! Ja, mal. Ich werde mit dir Spendicoat Ruplay spielen. Nicht jetzt! Ich hätte jetzt gleichwertig einen Elden Ring machen können. Obwohl ich glaube Elden Ring wird über 100 Folgen haben. Elden Ring wird alleine schon 100 Folgen haben. Ich muss auf die andere Seite. Ja, ich glaube Elden Ring wird mein längstes Let's Play werden. Das wird einfach das längste sein. Da ist noch eins. Bitte, lieber Gott. Bitte, lieber Gott. Lass mich hier nicht in den Edelstein oder sowas verkackt haben. Hier. Ah, dafür verkacke ich das rüberfliegen oder was? . Das war's für heute. Bom, 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 bom! Ich habe mir das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Ich habe einen Einer irgendwo liegen lassen. Das ist nicht euer Ernst. Ich habe einen Einer irgendwo liegen lassen. Ach, nee, ne? Oh, nee. Wo habe ich denn hier einen Einer verpackt? Da liegt er doch. Puh, haben wir das auch? Oh, Spiel verlassen. Gott. Mein lieber Kampf, wenn man weiß, dass man irgendwo was verloren hat, ist schon echt nervig. So, müssen wir hier nochmal rum? Dann haben wir auch nochmal. Da habe ich direkt was liegen lassen. Der macht ihn nicht wieder klein, oder? Die macht er bestimmt nicht wieder klein. Hier ist doch das... Ah, hier ist das Fluglevel. Oder? Hier war das Fluglevel, oder? Ja. Chakeas! Gucken wir mal. Ach, das ist das. Gehtezing. Ich schaue die Pistole. Gibt es gut? Ich schaue die Pistole. Das ist das. Das ist das. Was ist das? Es ist das? So. Ich glaube, ich mache das Spiel hier noch beende und dann gehe ich, glaube ich, ins Bett. Muss ja nicht mehr so lange dauern. So. 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 da lag noch ein edelstein jetzt review hast du einen tipp für diesen kampf ein weiser drach hat mir mal geraten im leben hoch zu zielen und mich vor fliegenden kisten in acht zu nehmen hoch zielen und verkissen acht nehmen alles klar und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Irgendwann muss ich einen Szener liegen gelassen haben. Was? Ja, bei uns ist auch die Fußbodenheizung irgendwann mal ausgefallen. Hier muss doch irgendwo noch einen Szener liegen, oder? Sehe ich das falsch? Ich bin doch nicht hier. Hi! Ich will nur wissen, ob ich bei dir oben einen Szener liegen gelassen habe. Habe ich bei dir... oh. Habe ich da eh irgendwo einen Szener liegen lassen? Habe ich hier drum herum geguckt? Nein. Da ist nix. Hä? Wo habe ich denn hier den Szener liegen lassen? Chat! Ja, eure Aufgabe, wenn ich den nicht sehe und ihr seht ihn einfach einmal laut schreien. Oh, was ist das? Habe ich denn? Habe ich denn? Da ist er. Got it! Ja, haben wir alles. Mal raus aus dem Level. Und sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao! Ciao!